Wladen-Siki Geweb! Oh nein, mein Pool! Mami, Mami, mein Pool ist kaputt! Mach dir keine Sorgen! Probiert das! Yay, komm schon! So cool! Das ist so lustig! Hä? Aliens? Echt jetzt? Ich will ein neues Spielzeug! Hä? Wow, magisch! Pssst! 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 Jetzt ist es Zeit für Gesellschaft! Hallo! Chris, wird es eine Party bei dir? Ja, die Party! Zeit, etwas Spaß zu haben! Oh, Kinder! Hallo! Kommt rein! Hi! Gib mir fünf! Spaß ist eine gute Idee, aber ihr müsst euch zuerst umziehen! Kommt her! Hopp! Fertig! Wow! Nächster! Komm! Los geht's! Yay! Was ist mit den Kleidern? Okay, komm rein! Hopp! Hopp! Wow! Wow! Kinder, lasst uns Spaß haben! Wow! Lasst uns kämpfen! Wow! Wow! Jungs, schaut mal, was ich gefunden hab! Ich will ein Kaugummi! Was ist los? Jungs, wir gehen in die Küche! Hey! Oh, ja! Vielleicht wollt ihr ein paar Smoothies? Ananas, fertig! Das nächste ist die Wassermelone! Wassermelone fertig! Zeit, den gesunden Smoothie zu genießen! Yay! Okay, Kinder! Lecker, lecker, gesund! Kinder, kommt mit mir mit! Yay! 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 So lustig! Yay! 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 Ich muss das überprüfen! Yay! 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 Kinder, was macht ihr in meinem Haus? Oh! Mami? Yay! Yay! Stopp, Chris, stopp! Yay! 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 Das Haus ist keine Art für einen Wasserpark! So, jetzt wissen wir es! Lasst uns rausgehen! Kommt schon! Eins, zwei! Benutzt eure Schwimmwesten! Yay! 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 Oh, komm schon! Auf geht's! Es ist immer eine gute Idee, Zeit mit Freunden und Familie zu verarbeiten! Mama! Oh, hi Chris! Ich will spielen! Tut mir leid, Chris, ich bin heute so beschäftigt! Oh, ich hab etwas für dich! Geh und spiel! Yay! Puh! Let's go! Das ist so cool! Mir gefällt das! Oh, nein! Geh weg! Oh, nein! Oh, nein! Oh, Christian! Was ist passiert? Beinen haben mein Spielzeug kaputt gemacht! Keine Sorge, ich hab ein neues! Das ist für dich! Das ist für dich! Geh und spiel! Yay! Ich mag das! Ich möchte ein neues Spielzeug! Ah! Wow! Psch! 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 Hey, Jungs! Ich mach' eine Trampoling-Party! Hey, kommt rein. Trampoline machen viel Spaß. Aber denkt daran, Kinder, eure Sicherheit ist wichtig. Lasst uns also eure Körpergröße überprüfen. Yeah. Da lang. Chris ist der Nächste. Du da lang. Wir sind fertig. Es ist so lustig. Komm, lasst uns hüpfen. Yeah, ja, 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 hoch, hoch, hoch. Ja, wartet. Okay. Leute, lasst uns in ein anderes Zimmer gehen. Wartet auf mich. Yay. 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 Ja. Kannst du das? Ja. Puh. Das war so lustig. Hier ist noch eins. Lass es uns versuchen. Yay, yay. Los geht's. Yay, yay, yay. Los geht's. Okay, lass es uns tun. Ja. 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 Juppie. Nein, das ist für dich. Okay, kennst du das? Die Leute kommen. Yay. Ja. Juppie. 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 Mama hört uns. Ja. 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 Leute, es ist Zeit für Pizza. Mir nach. Ja. Aber zuerst müssen wir uns die Hände waschen. Hä? Sauber. Pizza, 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 Pizza. Lecker. Yummy. Schmeckt es euch? Aha. Ja, yummy. Oh. Wo ist denn Chris? Yay, wo ist denn Chris? Leute, kommt hier. Hä? Ja. 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 Los, los, Chris. Los. Trottel Party. Hi. Leute, ich hab das Größte aller Zeiten. Los geht's. Ja. Ja. Wuhu. Los geht's. Yay. Ja. Komm schon, Chris. Los geht's. Ja. 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 Was ist denn hier los? Hä? Chris. Hä? Hä? Was ist das? Oh. Ah. Was macht ihr in meinem Haus? Hört auf. Stopp. Hä? Was hast du mit unserem Haus gemacht? Ich möchte mit Freunden spielen. Es ist immer eine gute Idee, Zeit mit deinen Freunden zu verbringen. Gib mir fünf. Hm. 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 Ja.